Wir haben eine Osteraktion mit allen bekannten Merch-Motiven, aber dieses Mal auch in Kindergrößen und natürlich mit dem neuen Team Benson Lucky Block Design. Und zu jeder Bestellung gibt es natürlich eine Handsignal-Autogrammkarte, Link in der Videobeschreibung. Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebru. Hallo. Ja, wir sehen ein bisschen komisch aus, Leute, das muss so sein. Ich weiß auch nicht, warum der Spielentwickler das hier so gemacht hat. Es geht auf jeden Fall los in 5, in 4, in 3 und wir spielen. Also man hat hier, ihr seht das gleich, wir haben verschiedene Plattformen und man muss überleben. Der, der am nächsten überlebt hat, ist der King im Ring, hat die Bude gewonnen und es verschwinden. Ah, guck mal, das ist eine Special-Runde. Also jede Runde ist ein bisschen anders. Jetzt haben wir so eine ganz, ganz verrückte, große Plattform. Und ich weiß auf jeden Fall, es ist clever, sich in die Mitte zu stellen. Also mache ich das direkt mal. Hier ist ungefähr so die Mitte, würde ich sagen. Okay, zwei Spieler werden schwerer. Das heißt, man kann nicht mehr springen. Okay, wer ist das? Zwei Spieler werden zu Katzen. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, wer das war. Das waren auf jeden Fall nicht wir beide. Ah, no it. Oh, du bist eine Katze. Alter, guck mal. Hä, das war der Vorteil. Du bist jetzt klar und er steht neben dir. Eine Platte bekommt einen kostenlosen Kaktus. Es gibt ja noch eine Platte. Ah, die da, oder wie? Jo. Das ist alles getrennte Plattformen eigentlich. Ja, ja, ja. Darf man die berühren, den Kaktus? Eine Mine. Ja, ja, geht mal weg von mir. Oh! Wenn ich da drauf trete, was passiert dann? Ui! Lasst ein Like da, Leute, wenn ihr glaubt, dass ich das Ding hier gewinne. Ich bin, oh, Kakteen for free, okay. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir hier gewinnen können. Ich bin gespannt. So, eine Platte wird von... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die hier ist es. Die, das ist hier, die, das ist die nice. Komm, überleben wir das. Oh! Du hattest von einem Blitz getroffen, ne? Hä? Ich lebe aber noch. Ich habe mich wohl gar nicht getroffen. Ja, er steht aber da. Ist die wohl gerettet. Robisch. Okay, Leute. Ein Spieler wird schwerer. Easy. Weiter geht's. Nächstes Event. Sieht so komisch aus, wenn ich springe. Ein Spieler bekommt eine Steuerung. Was bedeutet das? Kann ich dann andere Spieler steuern? Ich? Ich? Jo. Achso. Ah, die, eine Platte bekommt das. Oh, guck mal, das kann sich bewegen. Ah, ja, das ist cool, Alter. Eine Platte bekommt ein Lava-Karussell. Oh, Lava-Karussell. Ich bewege gerade diese Platte hier. Da hinten. Ah, wenn man das berührt, ist man tot. Ah, okay. Ja, langsam wird es heftig, Leute. Es wird immer... Aber es leben noch voll viele Leute hier. Noch einer ist gestorben bisher. Alle Platten drehen sich. Wow. Jetzt geht's ab, Leute. Man muss aufpassen hier. Jetzt geht's ab. Okay. Eine Platte wird zu einer Kugel. Event vorbei. Eine Platte wird zu einer Kugel. Alter, das ist... Bei mir, bei mir. Das ist auch krass, ich seh's. Okay, eine Platte wird um zwei Klötze kleiner. Okay, müssen wir uns in die Mitte stellen. Oh nein, das ist genau die neben mir. Hä, wo welche? Welche ist kleiner geworden? Hier hinten wurde die kleiner. Ah ja, du bist auf der Kugel, ne? So, ja. Zwei Platten werden unaufhörlich kleiner. Okay, die und da hinten. Okay, wir sind safe hier. Die Platten drehen sich halt immer noch, ne? Die hören halt nicht mehr auf. Oh Mann. Drei Platten werden zu trockenen Wüsten. Okay. Das geht schneller, Alter. Schlag auf Schlag. Oh, das neben mir. Oh, diese Easy... Wow, Alter, meine war's. Aber gut, Wüste ist ja nicht schlecht. Oh, ist nicht schlimm, oder? Nee, ich glaube... Diese Easy Creedy, oder wie die heißt, die hat's, glaube ich, schon zehnmal erwischt, ey. Aber locker. Katze? Oh, du bist auch eine Katze. Oh, jetzt sind wir beide Katzen. Jawohl, ey. Geil. Ich bin hier auf der Kugel immer noch. Drei Platten werden... Oh, oh. Nein! 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 Oh, alle stehen? Da sind wirklich alle gestorben. Ja gut, das war ein bisschen mehr als drei. Aber der Programmierer ist nicht so der fitteste beim CLD. Bin ich dritter geworden? Du bist dritter geworden, du Lacke! Ja, und ich hab keinen Platz bekommen. Ich war auf der Kugel, deswegen bin ich schwächer erst runtergefallen. Ah, ey. Yay. Okay, Leute, das war eine schwache erste Runde. War ein bisschen gemein auch. Let's go, zweite Runde. Neue Runde, neues Glück. Medizin-Money. Hä? Was soll das bedeuten? Ich weiß es nicht. Drei Spiele mehr zu Katzen. Drei Spiele mehr zu Katzen. Ja, ich bin der, Alter, Alter. Sie sind ja auch so wie ein Affe, aber egal. Okay. Oh, der will es aber wissen, der springt hier. Das ist gar nicht so leicht, nämlich von... Bitte, bitte ich, bitte ich. Nein, das ist eher ein Nachteil, Libro. Alter, habt ihr gesehen, wie die Pinke sich gerettet hat? Ganz, ganz letzt... Oh, der ist untergefahren. Drei Platten... Oh, die hat sich einfach aufgelöst, alles klar. Drei Platten neigen sich. Die löst sich auch. Oh, deine Libro! Bist du die Lilane? Nee, 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 ich bin hier grau. Ah, da hinten. Oh, hast dich aber gut gesaved. Aber der Lilane auch, ey. Okay, jetzt meine. Meine wird größer. Schaff ich's, da hin zu springen? Boah, ich würd's nicht riskieren, ehrlich gesagt. Nee, ich würd's auch nicht riskieren. Zwei Platten werden unaufhörlich kleiner. Das heißt, so ein bisschen sich aufgelöst haben, oder wie? Oh, die und die. Ja, okay, juckt nicht, juckt nicht, okay. Es sind schon ganz schön viele gestorben. Ja. Ein Drittel schon, locker. Okay, wir machen weiter, Leute. Zwei Platten bekommen kostenlose Kakteen. Die darf man nicht berühren, ne? Deine. Ich habe Kakteen. Aber ich weiß, das trifft mich eh nicht. Ja gut, das jüngt dich auf jeden Fall nicht, ey. Weil das so seitlich ist. Drei Spieler werden zu Geist, sondern sind jetzt unsichtbar. Okay. Plattengröße 21. Oh, ich bin Geist jetzt? Ah, ich bin eine unsichtbare Katze, Alter. Siehst du dich selbst noch? Ja, das ist halt, nee, eben nicht. Das ist voll der Nachteil. Oh, oh. Nein, Leute, ich sehe mich nicht mehr. Kannst du in die Ego-Perspektive gehen? Ja. Hilft das vielleicht? Ja, das hilft, ja, das hilft. Oh, oh. Ich werde jetzt auch unaufhörbar. Zwei Spieler werden zu Geist. Ja, du kannst dich ja eh nicht bewegen, weil dir ist jetzt komplett vorbei. Oh, zwei Spieler bekommen, wir zeigen dir nur ein Kraftfeld, Alter. Kannst du ja einen anderen Spieler killen? Ja, die Platte hat sich aber aufgewischt. Was geht dann? Oh, ich bin schon wieder. Ich habe ein Kraftfeld. Ah, ich sehe dich. Ah, das heißt, ich kriege keinen Schaden. Ich kriege keinen Schaden. Oh, das ist praktisch. Jetzt sieht man mich wieder. Ja, das ist ganz geil. Oh, ich glaube, das... Alle Platten wachsen. Oh. Jetzt kannst du dich retten. Ja. Oh, ich bin jetzt auf der großen Plattform. Ich sehe dich halt nicht, ne? Zwei Spieler werden zu Geist. Ich bin bei dem gelben dort. Ah, ja, den sehe ich. Okay. Ach, Mann, ich will wieder sichtbar werden. Das ist voll komisch, so unsichtbar. Ja, das stimmt. Warte mal, 28 Platten. Heißt das? Das sind 28 Platten am Start? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn, elf, zwölf, drei... Nee, auf keinen Fall. Ich hätte mir umgedreht. Oh, oh, der gave... Also, der hat sich gesaved. Ey, der hat sich richtig gut gesaved. Der hat sich gesaved, Alter. Guck mal seine Krone an. Ja, ja, das ist ein König. Drei Spieler werden zu... Oh, 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 oh. Bitte keine, die sich dreht. Nicht ich. Oh, der wurde zu mir teleportiert. Und noch mal weg. Tschö. Der wurde zweimal teleportiert. Okay, easy, aber überlegt. Eins spieler nochmal, die sieht sich. Ja, ich. Ich. Ich wäre cool, wenn ich das wäre... Oh. No. Ach, Mann. Drei Platten werden zu Discos. Und... Oh, das ist... Oh, der eine. Ah, guck mal. Ja, aber auf der bist du ja gar nicht mehr. Ach, ja. Ja. Ach, das passiert nur zu meiner... Oh, stopp. Ja, das passiert nur bei den Platten, natürlich. Ja. Okay, wer wird zur Katze? Ja, das hatten wir alle schon. Du bist wieder eine Katze. Alles klar, Leute. Ja, geil, ey. Ich wurde... Irgendwie. Oh nein, Platten neigen sich. Ich wurde zu einer Katze, dann zu einem Geist, dann mit einem Kraftfeld, dann wieder zu einer Katze. Oh nee, jetzt, oder? Oh, okay, nicht sehr stark. Ja, okay, nur so ein bisschen. Hä, warum so ein bisschen nur? Ja. Ja, hast du aber Glück gehabt, ne? Na, easy. Wie sich alles dreht hier. Oh, drei Platten bekommen. Zombies, das habe ich noch nie gesehen. Was passiert jetzt? Zweimal. Wo sind denn die? Ah, da, yo. Die sind bei euch. Ah, die fallen jetzt runter. Ja, heavy low. Zwei Platten bewegen sich in die Mitte. Oh, jetzt hat der dafür... Jo, der eine ist... Deine Platte. Nein, die bewegt sich in die Mitte. Na, die dreht sich jetzt. Oh, oh, Ebru, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wenn, das musst du überleben. Das musst du überleben. Ich versuche es. Das schaffst du schon. Oh, ist das schwer? Ah. Oh, 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 oh. Das ist heftig, Ebru. Boah, hast du es? Ja, ich glaube schon. Nein, jetzt wurde ich... Oh, du wurdest teleportiert? Nein, ich wurde teleportiert. Ich hatte es geschafft, Alter. Ach, Mann. Ey, ich hätte das überlebt und dann wurde ich teleportiert. Das Spiel hat genau gesehen. Der ist zu krass, Alter. Der hackt bestimmt. Das ist zu heftig. Warte mal, ich kann mir hier Aussehen geben, Leute. Hier, ich verpasse mir die... Was ist das? Ach, das ist ein Helm. Okay, hier Gesicht. Der Pizza. Hier, wir nehmen das hier. Hä? Ich kann ja mal Pizza essen. Das hier. Warte, ich mache mir... Gib mir gerade Aussehen, Ebru. Aber irgendwie so cool sieht das hier nicht wirklich aus. Hä? Warte, hier Team Rot. Ah, ja. Okay, nice. So. Komm, Ebru, du reißt das. Das ist Leben noch. Siehst du die fliegende Pizza hier? Sechs. Bei dem gelben, mit der Krone. Ja, warte. Das bin ich. Oh, oh. Ebru? Ah, du bist die Pizza. Alles mega cool. Ich kann die essen. Okay, das ist... Oh, oh nein. Ja, ich würde die lieber nicht essen, weil... Oh, was jetzt? Eine Platte wird unabhängig klar. Na, welche? Sind wir hier... Wo sind die anderen Leute? Wir sind hier zu dritt. Oder sind die alle unsichtbar? Nee, nee. Einer ist hier oben. Drei seid... Nee, ihr seid zu dritt. Einer ist da oben. Das sind vier Einer ist in der Ecke. Nee, nee, wir haben hier noch jemand Unsichtbares. Wow! Nein! Ebru, du hast zu spät reagiert. Oh, die jetzt aber auch. Aber du könntest ein Dritter geworden sein, wenn du Glück hast. Nee, ich glaube, ich bin Vierter oder so. Okay, warte, wir finden das gleiche heraus. Das sind alle tot. Wir sind jetzt echt in der Hand von... Ich bin echt... Nee, wisst du nicht. Ich bin ehrlich Vierter geworden. Unlucky. Ja, hallo, ich bin noch nie irgendwie aufs Podest gekommen. Ich fand, ich hab mich mega geil gesaved. Und dann wurde ich einfach... Ja, du hättest ehrlich den Sieg. Dann wurde ich einfach gecheatet, Leute. Das war ein Cheat. Die letzte finale Runde. Können wir jetzt endlich mal den Sieg ergattern? Zwei Platten werden zu Eisflächen. Meine hat's direkt erwischt. Ja. Ah, doch, man rutscht doch, Ebru. Ja. Ich dachte, man rutscht gar nicht. Aber man rutscht tatsächlich doch. Eine Platte. Ja, eh save meine. Oh, zum Glück. Diese Easy Credit kriegt... Oh, sie ist direkt raus. Das war der Champion. Ein Gegner weniger. Hehe. Oh, eine weinende Wolke. Wie viele leben noch? Krieg ich die? Oh, nicht viele, Ebru. Ich krieg die. Wie sollt mir fast jeder hier eine Anfrage geschickt eigentlich? Okay, Leute, Regen. Ja, das juckt ja nicht. Drei Spieler... Drei Platten, ein Stachel. Gut, aber ein Stachel muss ja nicht heißen, dass man stirbt. Kommt aber von, wo der kommt. Bitte nicht. Warum geht alles ab, Mann? Welche bist du, Lila? Ach, mit der... Ja, du hast nie überlebt, du Lacker. Es regnet. Du Lacker. Oh, ein Boss. Jetzt kommt ein Boss, Ebru. Warum hast du mich aufgeweckt? Man muss die Knarre auswählen und den abschießen jetzt. Da ist er. Wo ist er hin? Ah, der hat eine Bossleiste auch. Eine Platte wird umgedreht. Oh, bitte nicht meine. Nein, es ist meine. Oh, Alter, habe ich mich gesaved. Nochmal. Nochmal gesaved. Als ob die jetzt non-stop so geht. Wie soll ich das überleben, Alter? Hä? Ey. Ja, das kann auf jeden Fall dauern jetzt. Schieß mal den Boss ab. Oh nein, das war ja klar. Das ist viel zu schwer, ey. Oh, Mann. Heftig. Er hätte sich jetzt wenigstens... Dreht die sich immer noch? Na, sie hat sich aufgelöst sogar. Der Boss hat nur noch ein... Also jetzt ein HP. Und? Yeah. Boss besiegt. Abzeichner halten, Alter. Nice, wir haben den Boss besiegt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Roblox-Action sehen wollt. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzern. Tschö. Tschüss